AXI macht Sport AXI macht Sport im Jump 25, die Challenge Wie viele Hantelgriffe schaffe ich über der Schnitzelgrube? Die Kameras sind bereit, dann gehts los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, weg! Sechs mal! Sechs mal berühren, bevor ihr gestürzt seid in die Schnitzelgrube. Sehr beich, aber sechs ist nicht so schlecht, auch im Jump 25. AXI macht Sport auf der Antenne!